dann geht ja wie so ein scheinwerfer auf diese gedanken drauf und das kann gut sein am anfang war man besorgt über den herd und dann ploppt aber auch der gedanke auf wie so ein pop-up im internet was kommt was irgendwie sagt ja aber ist die tür dann auch abgeschlossen und da geht der fokus dann natürlich auch daraufhin weil sowieso schon eine erhöhte aufmerksamkeit auf diesen dingen ist und so ist es dann häufig so dass das immer größere ausmaße annimmt psyche today der podcast mit den aktuellsten informationen rund um psychosomatik psychiatrie und psychotherapie herzlich willkommen zu einer neuen folge von psyche today ich bin stephanie grafhorn ärztliche direktorin der blumenburg privatliniken und wir sind heute zu gast in der blumenburg ambulanz und tagesklinik in frankfurt am main unser thema für euch heute ist dass wir mit frau blum und herrn goldenthal über alle themen rund um zwangsstörungen und die aktuellsten behandlungsmethoden sprechen wir berichten dann über den aktuellsten stand der forschung und versuchen auch noch mal ein paar studien und ein buchtipp abzugeben und frau dr anja blum und herr erik goldenthal haben sich heute zeit genommen vielen dank dass wir da sein dürfen ja danke dass wir hier sie besuchen können heute vielleicht würden sie sich einfach mal für unsere zuhörer in einmal kurz vorstellen mein name ist erik goldenthal ich bin chefarzt der blumenburg privaten tagesdienken ambulanz in frankfurter main und bin vom hause aus psychiater und psychotherapeut meine fachrichtung ist eigentlich die verhaltenstherapie manche kennen mich vielleicht auch hier aus dem frankfurter raum ich war sehr lange zeit im markus krankenhaus tätig das ist ein akademisches lehrkrankenhaus der uni und danach dann in der privatklinik amelung hallo ich freue mich hier zu sein mein name ist anja blum ich arbeite als psychologin in der tagesklinik und arbeite in der fachrichtung der systemischen therapie sehr interessant vielleicht können wir heute zum einstieg kurz mal zusammenfassen wie man eigentlich eine zwangserkrankung definiert vielleicht will frau blume anfangen also unter zwangserkrankungen versteht man gedanken die sich betroffenen aufdrängen die als unangenehm erlebt werden und gegen die betroffene häufig versuchen sich zu wehren weil sie die eben nicht haben wollen die als sehr belastend erlebt werden oder zwangshandlungen bei vielen betroffenen tritt auch beides gleichzeitig auf und die themen um die sich das dreht sind häufig furcht vor verschmutzung oder krankheit zum beispiel haben betroffene angst sich irgendwie mit einem gefährlichen virus infiziert haben zu können oder auch aggressive oder sexuelle zwangsgedanken das kann sowas sein wie besorgt sein dass man irgendwie sexuell übergriffig werden könnte jemand anderem gegenüber oder zum beispiel läuft man die treppe zur u-bahn runter und hat zum gedanken wie ich könnte die person die da vor mir läuft da runterschubsen es können aber auch gedanken sein wie sorgen dass man durch unachtsamkeit irgendwie ja eine katastrophe herbeigeführt hat zum beispiel hat man sorge den herd nicht ausgemacht zu haben und da kreisen dann diese belastenden gedanken drum und häufig ist es dann eben so dass darauf zwangshandlungen folgen dass man dann nämlich das bedürfnis hat ganz häufig zu kontrollieren ob man den herd denn wirklich ausgemacht hat oder wirklich die tür abgeschlossen hat um ganz sicher zu gehen dass diese katastrophe nicht eintritt denn diese gedanken sind einfach mit einem sehr unangenehmen gefühl und mit ängsten verbunden das hört sich ja sehr sehr quälend an und ich kann mir gut vorstellen dass es schwerfällt den patienten sowas zu erzählen überhaupt wie ist es denn wie erleben sie denn die patient in der tagesklinik oder in der ambulanz wenn die sich vorstellen viele von den patientinnen und patienten werden auch nicht unbedingt direkt von ihren symptomen berichten sondern sie berichten von allgemeinen psychiatrischen symptomen von depressionen von problemen die sind vielleicht in der beziehung haben und aus dem weiteren der anamnese merkt man dann da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter wichtig ist auch dass man den patienten klar macht dass das gedanken sind die viele von uns hin und wieder haben und nicht bei jedem nimmt das dann die form einer zwangsstörung an oder das ausmaß einer zwangsstörung an aber ich nenne mal so ein beispiel vielleicht kennt das jemand man sitzt im theater und plötzlich kommt zu der gedanke oben man könnte ja aufspringen und ganz laut was rufen also eine ganz peinliche situation die dieser gedanke ist vielleicht schon manchen gekommen aber haben sie schon jemanden erlebt der das gemacht hat tatsächlich im theater also ich noch nicht bei diesen patienten die eine zwangsstörung haben da wird dieser gedanke aber ganz ganz groß und prominent das heißt das nimmt dann das gesamte denken dann in dem moment ein und ist auch ganz quälend und schwer auszuhalten das heißt aber auch dass wahrscheinlich viele zwangspatienten gar nicht so wissen dass andere solche gedanken auch haben und dass das jetzt eben der unterschied nur da in der intensität besteht sozusagen richtig unterschied ist die intensität aber auch der umgang letztlich damit also das heißt wenn ich jetzt als anführungsstrichen gesunder so einen gedanken habe dann kann ich den relativ schnell wieder beiseite schieben wenn ich eine zwangsstörung habe dann wird da was anderes passieren das heißt ich werde versuchen irgendwelche gedanken dem entgegenzusetzen die aber an sich auch schon wieder vielleicht problematisch sind also ich werde versuchen den gedanken zu neutralisieren zum beispiel indem ich anfange was zu zählen irgendwelche bestimmten sätze vor mich hin sage und das wären so neutralisierende gedanken die man zum beispiel haben könnte oder es gibt auch handlungen mit denen man neutralisiert also zum beispiel jemand der die vermutung hat er könnte sich mit keimen angesteckt haben und die keimen an den händen haben der wird sich dann anfangen die hände zu waschen ganz unabhängig davon ob die jetzt mittlerweile sauber sind oder nicht und wie viele sekunden man die jetzt wirklich gewaschen hat jetzt nochmal auf die ursprüngliche frage zurück zu kommen das heißt diese patienten fallen manchmal auch dadurch auf dass die hautprobleme haben an den händen und dass das in der sprechstunde das erste ist was einem dann auffällt das heißt ja dass die therapeutischen kolleg innen auch noch mal genauer gucken müssen weil vielleicht ja nicht gleich erzählt wird worum es geht und man vielleicht auch auf solche kleinigkeiten wie eczema an den händen oder so achten müsste und dass man so nachhackt so ich es verstanden habe richtig toll wäre es auch wenn man am anfang bei der amnese ein paar screening fragen stellt ja und da gebe ich vielleicht mal meinen kolleginnen weiter genau sie haben ja eben schon gesagt dass viele patienten und patientinnen vielleicht gar nicht wissen dass andere auch solche gedanken haben und das noch normal ist das heißt darüber zu sprechen wenn die dann in therapie kommen kann was total entlastendes haben wenn die wissen solche gedanken zu haben ist total normal weil sie ja häufig innerlich denken oh gott dass ich solche gedanken habe das bedeutet dass ich ein ganz furchtbarer mensch bin dass mit mir was nicht stimmt und ich ganz ganz krank bin das heißt das macht irgendwie schon einen großen unterschied aber bis das passiert ist es oft ein ganz langer weg und menschen quälen sich oft jahrelang mit diesen gedanken und erzählen das keinem weil sie eben denken dass es so furchtbar ist und dass es eben ganz schlimme implikationen für sie und ihren charakter hat dass sie solche gedanken überhaupt haben kann ich mir vorstellen genau das wäre ja auch das nochmal das greife vielleicht noch mal ein bisschen vor aber es gibt ja auch persönlichkeitsstörungen die man als zwanghaft bezeichnet aber der unterschied vielleicht können sie den auch noch mal zur erinnerung auch an unsere kolleginnen noch mal sagen weil das eine ist ja ich dyston was wir jetzt hier haben das andere ist ja ich symptom vielleicht kurz erklären was bedeutet das und was dass man das nochmal unterscheidet genau also dyston bedeutet dass man die gedanken eigentlich nicht haben möchte dass man das gefühl hat die passen eigentlich nicht zu mir also ich bin kein mensch der andere menschen die u-bahn treppe runter stößt das sind irgendwie komische gedanken die nicht passend sind wenn gedanken ich symptom sind dann hat man das gefühl die passen eigentlich zur eigenen person man erlebte nicht als fremd oder unbedingt stören das wäre eben bei persönlichkeitsstörung der fall dass man das gefühl hat ja mir ist ordnung total wichtig ich bin irgendwie sehr ordnungsliebend ich bin vielleicht auch perfektionistisch das passt aber zu meiner person also eher das gefühl wenn die anderen sich nur mal so richtig benehmen würden wäre es richtig alles ne wenn ihr auch mal aufräumen würden wir alles gut genau das wäre eigentlich gut wenn die anderen auch so ordnungsliebend wären wie genau genau okay ja wann wann darf ich denn jetzt eine diagnose zwangsstörung überhaupt vergeben weil wenn ich mir also noch mal in erinnerung vielleicht auch rufe wie lang wie intensiv muss es denn sein damit es eben nicht in den normalen bereich fällt in dem ich mal aufspringen möchte und schreien oder wo das eben wirklich eine störung ist also man muss unter diesen gedanken oder handlungen leiden an den meisten tagen für mindestens zwei wochen das ist so ein zeitkriterium und es muss eine lange zeit am tag beinhalten also mindestens eine stunde des tages geht irgendwie drauf für diese zwangsgedanken und zwangshandlungen das heißt das ist echt intensiv und geht irgendwie über das was viele wahrscheinlich von sich kennen irgendwie mal noch einmal checken dass das auto abgeschlossen ist bevor man weggeht darüber geht es weit hinaus außerdem ist wichtig dass sich die gedanken und handlungen immer wieder wiederholen und ja wie so stereotyp sind und dass man versucht dagegen widerstand zu leisten also das eigentlich ja eben nicht denken oder ausführen möchte aber dieser widerstand oft vergeblich ist und man kann sich das vielleicht vorstellen wenn ich jetzt sage denken sie bloß nicht an den rosa elefanten den bekannten und denken sie bloß nicht an die komische rosa farbe der haut und die runzlige haut und den rüssel und die füße dann entsteht in unserem kopf sofort das bild davon das klappt einfach nicht an was nicht zu denken wenn wir uns ganz doll darauf konzentrieren nicht dran zu denken wenn unsere zuhörer in den ganzen tag an große elefanten denken okay wie viele menschen leiden denn überhaupt unter einer zwangsstörung in deutschland kann man da eine statistik haben wir da eine statistik also es gibt sehr unterschiedliche schätzungen dazu es gibt unterschieden studien dazu mit verschiedenen zahlen insgesamt kann man fest halten dass es wahrscheinlich ein bis drei prozent sind also es ist keine ganz seltene störung aus meiner erfahrung sind es tatsächlich eher die drei prozent gerade wenn man patienten mit anderen komorbiden psychiatrischen erkrankungen untersucht dann findet man doch sehr viele die auch eine zwangsstörung haben genauso ist auch dass die zwangsstörung an sich eine sehr hohe kommunität hat mit anderen psychiatrischen erkrankungen da sind zahlen zum teil erstaunlich ja das geht bis hin zu dass 90 prozent der patienten mit der zwangsstörung in ihrem leben auch mal eine andere psychiatrische diagnose bekommen aha und zum beispiel was gibt es da besondere depression ist eigentlich so die häufigste komorbidität ansonsten sind es aber auch suchterkrankungen abhängigkeiten von alkohol manchmal wird der alkohol als ganz dysfunktionale belächungsstrategie genutzt also als selbstmedikation die aber ganz schlecht wirksam ist und weitere probleme mit sich bringt ansonsten sind angststörungen enorm häufig als komorbidität der zwangsstörung und andere erkrankungen gibt es durchaus auch manchmal gibt es überschneidungen auch mit einer psychose also mit einer schizophrenen psychose wobei da oft die zwangssymptomatik auch ausdruck der erkrankung ist oder manchmal auch ein symptom oder nebenwirkung der therapie es gibt durchaus medikamente die auch eine zwangssymptomatik erzeugen sind eher frauen oder eher männer betroffen gibt es da noch ein schlechter verteilung ist ungefähr gleich es gibt wahrscheinlich einen unterschied in dem zeitpunkt der erkrankung also männer erkranken häufiger schon im kindesalter also es gibt einen erkrankungsgipfel bei männern im kindesalter bei den frauen ist es meistens um die zwanzigste lebensjahr rum aber insgesamt sind die zahlen ungefähr gleich verteilt es gibt durchaus im kindesalter auch symptome die einer zwangsstörung ähneln aber nicht so das ganze ausmaß annehmen also man sieht dann dass die kinder anfangen irgendwas zu zählen oder dass die fugen auf dem fußboden meiden und da nicht drauf treten das ist aber dann eher eine phase das heißt wenn sich sowas nicht verfestigt und nicht dann weitergetragen wird auch ins jugendalter ins erwachsenenalter dann ist das eigentlich normale phase auch in der entwicklung also muss man als eltern jetzt nicht gleich besorgt sein dass das kind eine zwangsstörung hat bei kleineren phasen dieser art okay genau jetzt mal noch mal zu den angehörigen weil die erleben das ja also ich wenn ich mir jetzt vorstelle oder ich hatte auch natürlich patienten selber schon wo auch angehörige teilweise mit kamen gesagt haben ich schaffe das nicht mehr wir kommen nicht mehr aus dem haus der herd wird zehnmal kontrolliert das wird noch alles wir müssen immer wieder zurückgehen immer wieder gucken und die unterstützen ja dann auch oft also dass dann die diese zwangssymptomatik an herangetragen wird an die angehörigen also kannst du mal gucken dass der herd aus ist damit wir beide jetzt gehen können so wie wissen das eigentlich wie gehen sie damit um und das ist natürlich auch für die angehörigen jetzt mal eine botschaft was soll ja machen also die angehörigen müssen auf jeden fall gut ins boot gerult werden bei der behandlung der zwangspatienten weil kurzfristig ist das vielleicht erst mal eine entlastung für den patienten wenn der angehörige damit schaut ob der herd aus ist mittelfristig und langfristig verstärkt das aber leider die symptomatik und trägt dazu bei dass die zwangsstörung sich verfestigt und dass die einfach immer weiter läuft in der verhaltenstherapie machen wir da tatsächlich was anderes das heißt wir versuchen mit dem patienten zusammen auch diese reaktion zu vermeiden und diese reaktion zu unterbinden das heißt das kontrollieren zu unterbinden wenn da die angehörigen der patienten auch gut aufgeklärt sind kann man die durchaus mit einbinden in die therapie aber dazu gehört dann auch schon wirklich viel vorarbeit das heißt das muss gut vorbereitet werden die müssen gut wissen was ist der ablauf wie soll die therapie stattfinden wie können die so eine hausaufgabe eines patienten vielleicht auch begleiten aber ohne dass die dann in dem moment in anführungsstrichen unterstützen genau dass man das nicht fördert das symptom sozusagen noch ein letztes wort bevor wir noch mal auf die tools kommen die man als test benutzen kann das hätte ich auch gerne noch mal aber ich würde ganz kurz noch fragen wollen ist es nicht typisch dass zwangsstörungen sich oft auch ausdehnen also es fängt an mit dem herd und endet dann irgendwo mit noch viel viel mehr symptomen vielleicht können sie dazu noch mal kurz was sagen ja das ist typischerweise so man kann sich das auch vorstellen wenn jemand jetzt wahrgenommen hat ich habe da irgendwie gedanken die ich als bedrohlich erlebe die ich nicht haben möchte dann geht ja wie so ein scheinwerfer auf diese gedanken drauf und das kann gut sein am anfang war man besorgt über den herd und dann ploppt aber auch der gedanke auf wie so ein pop-up im internet was kommt was irgendwie sagt ja aber ist die tür denn auch abgeschlossen und da geht der fokus dann natürlich auch darauf hin weil sowieso schon eine erhöhte aufmerksamkeit auf diesen dingen ist und so ist es dann häufig so dass das immer größere ausmaße annimmt und dieses kurzfristige sicherheits erleben was menschen haben wenn sie die zwangshandlung ausführen oder diese gedanken neutralisieren die führt leider langfristig dazu dass das sicherheits erleben abnimmt und immer mehr dinge notwendig sind um wieder so ein kontroll und sicherheits erleben zu haben und dadurch entsteht dann so ein teufelskreis der die störung aufrecht erhält genau kannst kurz mal die diagnostik noch mal die tools da gibt es doch bestimmt tests also wenn ich jetzt unsicher bin vielleicht als therapeut oder therapeutin kann ich mir auch noch irgendwelche tests vielleicht zu ziehen die dann mir helfen mit dem patienten gemeinsam das zu diagnostizieren also es wurde eben schon angesprochen sinnvoll ist auf jeden fall am anfang mal screening fragen zu stellen da gibt es ein fünf fragen screening was sich bewährt hat indem man fragt putzen und waschen sie sehr viel kontrollieren sie sehr viel haben sie quälende gedanken die sie nicht haben möchten und so weiter damit kann man schon mal abklären liegt dann verdacht auf eine zwangsstörung vor und wenn man dann eben begründeten verdacht hat dann kann man über weitere diagnostik instrumente das vertiefen und weiter explorieren okay das ist ja schon mal sehr hilfreich für den eintritt genau okay dann mal zum therapeutischen da waren wir eben schon ganz kurz also die verhaltenstherapie was was gibt es denn für diese sehr schwälende und auch irgendwie ja chronifizierende erkrankungen wenn man zu lange wartet was gibt es denn da was ich jetzt anbieten kann für den patienten oder die patientin ja mittlerweile hat sich doch einiges als standard und auch als wirklich sehr hilfreich und wirksam erwiesen gut zusammengestellt ist das mittlerweile auch in der neuen s3 leitlinie also sind leitlinien erstellt worden für die behandlung und für die diagnostik der zwangsstörung die sind vor ich will es nicht lügen vor zwei jahren ungefähr überarbeitet worden und da steht eigentlich das drin was wirklich hilfreich ist man muss ganz klar sagen der goldstandard ist die verhaltenstherapie also eine kognitive verhaltenstherapie auch mit ganz klar übungen also das mit dem patienten auch geübt wird empfohlen wird tatsächlich auch dass man mit dem patienten in seinen raum hineingeht wo er den zwang auslebt und wo die probleme bestehen also das heißt die trockenübungen die wir so als therapeuten meistens kennen dass wir das mit dem patienten in unserem zimmerchen besprechen und der dann nach hause geschickt wird jetzt machen sie mal das ist zwar nicht schlecht aber deutlich wirksamer ist es wenn man das zusammen mit dem patienten begleitet vorher gehört eine vorbereitungsphase dazu das heißt der patient muss wirklich wissen warum machen wir das eigentlich und warum machen wir auch teilweise sehr unangenehme übungen mit den leuten das heißt die widerstehen ja dann dieser neutralisierenden handlung an dieser handlung die erstmal kurzfristig eine entlastung bietet der müssen sie ja widerstehen und das führt dazu dass manche leute auch sehr sehr angespannt sind und sehr sehr negative gefühle dabei haben und die müssen verstehen warum tue ich mir das an das kann ich mir gut vorstellen wenn ich mir einen waschzwang vorstelle muss dann vielleicht kontamination aushalten und darf sich nicht waschen das ist sicher super unangenehm ja okay gibt es eine medikamentöse idee noch dazu auch da sind den leitlinien jetzt noch mal empfehlung abgegeben worden ganz klein empfohlen werden serotonin wieder aufnahme hämmer also sehr selektive serotonin wieder aufnahme hämmer die sind eigentlich die erste empfehlung und die erste wahl der medikation falls jemand entweder zu krank ist um an der verhaltenstherapie richtig teilnehmen zu können oder im moment auch einfach kein therapieplatz zur verfügung steht und man die zeit überbrücken muss oder jemand auch so krank ist dass er eine kombination braucht aus verhaltenstherapie plus ein medikament und da sind die ssri ist ganz klar mittel der ersten wahl das chlomipramin als serotonerges medikament aus dem trizyklischen bereich wird als zweite wahl empfohlen das heißt nur wenn keine wirkung eintritt unter einem ssri auch über eine ausreichende behandlungszeit und auch eine ausreichende dosierung das heißt man wählt tatsächlich eher die höheren dosierungen und wenn darunter innerhalb von drei monaten keine ausreichende wirkung steht kann man überlegen ob man augmentiert was dazu nimmt was dazu nimmt also entweder medikament dazu nimmt oder auch da wäre der standard und das was am besten wirkt tatsächlich die kognitive verhaltenstherapie mit dazu zu nehmen aber wenn das nicht möglich ist aus irgendeinem grund dann wird tatsächlich fragewahl also wechsel auf ein anderes serotonerges antidepressivum in dem fall mit allen das heißt mal ebenwirkungen wie der leider kennen oder auch eine augmentation mit einem neuroleptikum das könnte in dem fall sein aripiprazole oder risperidon okay ich fasse noch mal kurz kurz für die laien zusammen die da auch vielleicht mithören also das mag vielleicht verwirrend sein weil das ja auch antidepressiva sind das hatten sie auch gerade erwähnt kurz dass diese ssris die gelten eben oder sind zugelassen für verschiedene störungen für die depression und für die zwangsstörung deswegen nicht wundern wenn jetzt der ein oder andere sagt aber das ist doch ein antidepressivum das sind eben medikamente die für beides sind und genau und wenn das nicht hilft dann kombiniert man das noch mal mit anderen medikamenten genau da wäre aber natürlich immer der facharzt gefragt und das für unsere zuhörenden fachärzte sehr interessant natürlich noch mal zu gucken wie da die leitlinien sind aktuell genau danke ja und jetzt ist ja wie sie eben schon gesagt haben nicht so einfach dass vielleicht immer so im zimmerchen zu üben mit dem therapeuten da gibt es ja jetzt neue methoden habe ich gehört dass man sich das in einer virtuellen realität holen kann und das wird ja auch angeboten in der ambulanz und in der tagesklinik bei ihnen vielleicht können sie kurz was dazu sagen was ist denn das virtuelle realität und was machen ihnen da genau man kann sich das vorstellen dass man ein virtual reality headset quasi aufgesetzt bekommt also eine brille in der man dann in ja 3d im grunde in bestimmte situationen hineingehen kann in dieser virtuellen realität eben und da kann man gut zum beispiel für kontaminations zwänge bestimmte situationen darstellen wie zum beispiel ja so bahnhofstoiletten oder einfach dreckige und dreckiges badezimmer wo man dann variieren kann soll das ein bisschen dreckig sein mittel oder ganz doll und so eben steigern wie unangenehm sich das für die betroffene person anfühlt um da in dieser virtuellen realität die person in die situation hereinzuführen und die exposition durchzuführen das natürlich eine hilfe wenn man nicht immer mal vor ort sein kann weil welcher therapeut hat die zeit jetzt immer da hinzufahren zu dem patienten nach hause und das mit dem zuhause zu üben zum beispiel also oder auf der bahnhofstoilette oder so hilfreich vor und das ist auch ein grund warum obwohl wir wissen dass diese expositionsverfahren so wirksam sind und die so gute effekt stärken zeigen in der forschungsliteratur wir trotzdem irgendwie sehen dass das in der psychotherapeutischen praxis nicht in dem ausmaß umgesetzt wird wie wir uns das vielleicht wünschen würden aufgrund der studienlage und das ist eben ein faktor der dazu beiträgt dass es total zeitaufwendig auch ist und das im alltag nicht immer möglich ist und da können uns diese virtual reality optionen halt eine total gute alternative bieten um das darzustellen mit einem geringeren aufwand und die studien zeigen auch dass die emotionen also ekel zum beispiel wirklich auch sehr authentisch erlebt werden in dieser virtuellen realität cool also ich hätte nämlich auch gefragt wird das denn nicht irgendwie so dass der patient sagt das ist ja eh gar nicht echt nur so damit ist mir gar nicht eklig aber scheint zu klappen also heißt der ekelt sich wirklich und findet schrecklich absolut ja sehr interessant ja wie lange noch zum abschluss vielleicht wie lange dauert denn so eine behandlung einer zwangsstörung was muss ich denn jetzt als gequälter patient mir vorstellen wie lange es dauern würde bis es mir da vielleicht deutlich besser geht gibt es da durchschnittszahlen durchschnittszahlen sind tatsächlich schwer zu sagen weil das individuell sehr unterschiedlich ist manche patienten profitieren von einer kurzen behandlung die sehr intensiv ist auch dazu gibt es mittlerweile ganz gute ergebnisse also da sind teilweise sehr kompakte behandlungen durchgeführt worden die aber sehr hochfrequent sind und zum teil auch über mehrere tage dann gehen im tagesklinischen setting zum beispiel forschungsgruppe in norwegen hat das sehr 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 gut untersucht das ist das bergen vier tages therapie programm was mittlerweile auch in hamburg eppendorf auch schon beginnt auch usus ist dass die das mit eingeführt haben ist halt wirklich sehr aufwendig also nicht nur für die patienten sondern auch für die therapeuten ist zum teil im eins zu eins setting auch gemacht ansonsten dauern die üblichen therapien teilweise schon über monate wenn der patient jetzt einmal wöchentlich eine 50 minuten sitzung hat und man in der zeit auch nur eine kurze übung machen kann eventuell und die vielleicht auch gar nicht zu hause beim patienten durchgeführt werden kann wo der zwang ja dann seinen ursprung vielleicht hat oder am meisten ausgelebt wird dann kann sowas natürlich auch relativ langwierig sein jetzt haben wir ja über therapie ansätze schon verhaltenstherapeutisch gehört gibt es ja noch einen anderen therapie ansatz den wir vielleicht noch noch nennen könnten also als systemische therapeutin kann ich natürlich den systemischen ansatz reinbringen und es wurde ja schon angesprochen dass das mittlere erkrankungs alter für zwangsstörungen liegt ungefähr bei 20 jahren das heißt junges erwachsenenalter und in der systemischen therapie ist so die hypothese wie wir uns das erklären dass da häufig entwicklungsschritte anstehen und da die bewältigung dieser entwicklungsschritte nicht gelingt und die zwangsstörungen in dem zusammenhang auftreten und das ist häufig menschen betrifft die also wir können uns das vorstellen es gibt so ein spannungsfeld zwischen bezogenheit und den bedürfnissen anderer und der individuation also die eigenen bedürfnisse ausleben und verwirklichen und die diese menschen die unter der erkrankung leiden befinden sich oft in diesem spannungsfeld und haben irgendwie ein bedürfnis nach eigenständig werden selbstständig werden und vielleicht aus dem elternhaus heraustreten und gleichzeitig aber ein starkes bedürfnis da verbunden zu bleiben und wollen sich da auch nicht schuldig machen indem sie diesen selbstverwirklichungstendenzen nachgehen und wir haben da so die hypothese dass da eben die zwangsgedanken so ein bisschen die funktion auch haben können da die bindung und bezogenheit herzustellen man kann sich das vorstellen wenn ich zwänge entwickle die verhindern dass ich das haus verlasse dass ich irgendwie größere entfernung auf mich nehme dann ist es natürlich schwer irgendwie ein studium in einer anderen stadt aufzunehmen oder wegzuziehen oder vielleicht eine partnerschaft einzugehen das hält irgendwie im gewohnten rahmen und gerade deswegen halten wir es da auch immer für sehr sinnvoll das gesamte system der patienten mit einzubeziehen damit einzusprechen ja so mit der idee dass da alle irgendwie zur lösung beitragen können und man sich so diese entwicklungsaufgaben anschaut vor der menschen da stehen sehr interessant ja vielen dank ich glaube wir haben so ziemlich alles kurz angerissen das soll ja auch eine wie sagt man interesse wieder wecken dass unsere zuhörer in sich wieder mit dem thema zwang und zwangsgedanken zwangsstörungen wieder ein bisschen beschäftigen und jetzt meine frage wenn das jemand sehr interessant fand und möchte gerne was lesen hätten wir ja vielleicht auch einen buch tipp buch tipp als buch tipp habe ich mitgebracht zwänge verstehen und hinter sich lassen was betroffene und angehörige selbst tun können von katharina stengler und inna jahn im trias verlag erschienen das ist eben ein buch was sehr schön für die betroffenen angehörigen darstellt was kann man machen wie kann man dem begegnen und was auch mut zuspricht sich da ja zu trauen dinge zu verändern und auf besserung zu hoffen okay und dann für unsere zuhörer innen und vielleicht auch kolleginnen die jetzt sich noch ein bisschen tiefer damit beschäftigen wollen da haben wir immer auch noch mal eine studie oder ein review oder vielleicht ein artikel da würde ich auch noch mal bitten dass sie da was nennen tipp aus unserem wissenschaftskontor ja da hätte ich vielleicht einfach zwei studien zu dem thema das ich vorhin erwähnt habe und zwar zu der bergen vier tages behandlung das ist einmal hansen hagen und öst und mitarbeiter zwar der bergen vor day ocd treatment delivered in a group setting 12 month follow up und das andere wäre launus lautweg sunday und mitarbeiter der bergen vor day treatment for obsessive compulsive disorder does it work in a nuclear setting das ist beides aus der front psychology 2019 das findet ihr auch alles wieder in unseren show notes wer noch mal nachlesen möchte oder irgendwas sucht findet das alles dort zusammengefasst ja herr goldenthal noch mal unsere persönliche frage jetzt am schluss was haben sie uns zu berichten von sich persönliche frage ja vielleicht einfach zwei meiner hobbys das eine ein großes hobby ist unser hund wir haben einen fünfjährigen boxer und dem vielzeit in anspruch und muss auch klar sagen vieles von dem was man so therapeutisch gelernt hat revidiert unser hund noch mal da kann man das alles noch mal neu lernen das ist so eins meiner beiden hobbys und das andere ist fotografie dafür habe ich leider oft viel zu wenig zeit aber das mache ich sehr gerne und ich will auch schauen wie ich das vielleicht auch so ein bisschen mit in die neue klinik einbringen kann okay aber sie machen keine fotos von den patienten nehme ich an das mache ich auf keinen fall okay ja frau blum was haben sie denn so für interessante dinge von sich zu berichten ich habe anfang des jahres angefangen ein neues hobby zu entwickeln und zwar brotbacken beziehungsweise sauerteigbrot backen und dass dieser sauerteig starter ist auch fast wie ein kleines haustier was man zu hause hat weil der will ganz oft gefüttert werden und man muss den teig dann immer wieder falten also es auch zeitaufwendig macht aber total viel spaß und es irgendwie auch ganz spannend sich da in die feinheiten rein zu fuchsen was irgendwie ein gutes brot ausmacht das ist ja super interessant dankeschön